Ich frage dich zum letzten Mal Pilgerfahrt in die Vergangenheit Sein Blödsinn Los, dann, wie heißt du? Chloe? Und? Wer bist du? Die wahre Noir Was ist das Besondere an diesem Schriftstück? Es ist sehr wertvoll Wertvoller als das Leben irgendeines Menschen auf der Welt Es sein könnte Du hast Vanellas eine Familie umgebracht, nicht wahr? Richtig, so lautet er bei mir viel Ich darf das Geheimnis nicht wachen Wer sind sie? Und welches Geheimnis? Willst du's wissen? Ich darf das Geheimnis nicht wachen